Bounty liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf dem Kanal Blue Bounty, heute mit Minecraft Take It Light, mit Schweri und Pega. Hi! Schweri lacht sich gleich mal wieder in Schaden. So, und es ist auch schon Nacht, weil wir noch ein paar Einstellungen tätigen mussten. Wir haben aber noch nichts gemacht eigentlich, wir standen nur auf spawnen und haben... Ja, genau, da ist direkt ein Creeper. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Töten wir sie. Ja, wie? Wir sind noch am spawnen, wir werden sowieso, wenn wir tot sind, werden wir wieder hier gespawnt. Jetzt kannst du auch immer brauchen. Wir brauchen dringend was zu fressen, warte mal, ich muss mal eben das Licht im Zimmer ausschalten, damit ich den Bildschirm mal richtig sehe. Türe abschließen, damit mich keiner stört, ne, kennt er ja. Aha. Ich dachte, du hättest heute sowieso sturmfrei. Hey, wir sind schon langens wieder zurück, die waren nur einkaufen. Du hast sturmfrei, du Sack. Ja. Genießt es so richtig. Ja. Keiner, der Sack, hör mal auf zu gamen. Was hab ich denn hier für Eichenholz? Eichelturm. Äh, Eifelturm. Eichelturm ist übrigens eine Sechsstellung, ne? Ja, das haben wir erfahren. Wir wissen auch, also ich weiß auch ungefähr, wie sie aussieht. Ich hab eine Werkbank gemacht. Du hast das gemacht? Wo bist du? Was sind Bäume? Was, du hast die Stellung schon mal gemacht? Auch, auch. Auch? Bei welchen Bäumen, Pelle? Ja, hier unten, wo wir gestartet haben. In Frankreich. Ja, da, genau. Was hast du für einen Baum abgebaut? Ja, nicht in Fall. Genau. Wo seid ihr denn? Ach, da unten. Bau nicht den Gummibaum ab. Den brauchen wir nachher noch. Ja. Aber erst, wenn wir eine Axt haben. Ja, wir wollen ja eh noch eine Location suchen für uns, ne? Wir werden wahrscheinlich uns in der Nähe des Vulkans niederlassen. Das ist echt ungewohnt wie der. Du musst ja die Blöcke wieder einzeln reinklicken. Ja, du kannst sie nicht ziehen, ne? Ja. Ja. Und du musst mit Doppel-W rennen. Wie bist du denn früher im richtigen gerannt? Mit, äh, Control. Achso, ja, das mach ich schnell fliegen bei Kreativ, aber schnell rennen. Mach ich auch mit Doppel-W. Ne, schon lange nicht mehr, hab ich mich abgewöhnt. Loll. Ich bin ein Monster. Loll, da ist ein Schleim! Schwere! Ja, ich weiß, den hab ich schon, der tut wieder nichts. Das ist ein kleiner. Das ist ein kleiner. Ja, vor allem bin ich da gerade Sack am Klappen. Schwere, Achtung! Und weg, da hinten hat's noch einen, der ist größer. Ja. Wir sind schon im Sumpfgebiet, hier hat das Slimes, das ist normal so. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Ich hab schon vier Slime-Bälle. Slime, ja. Die brauchst du aber nicht. Was? Die brauchst du nicht. Oh, guck mal, Mami, ich hab'n Holzschwert mit meinem Opa gebastelt. Ja, ich auch. Allerdings nicht mit meinem Opa. So, wirkt man schon immer mal mit? Dann suchen wir uns jetzt mal... Nein, warte kurz. Was macht ihr? Brauchst du die nochmal? Hier. Was hast du, wo hast du Steine gefunden, Payer? Hab' ich gerade gebaut. Wo? Da hinten in der Ecke. Es hat fünf Ecken. Ja, hinter mir. Scheiße, ich hab' noch genau eine Hungerkeule. Weil du so viel rennst. Überhaupt, ja gut, ich bin die ganze Zeit gerannt, aber ich bin eigentlich nicht viel. Ich hab' ich hab' nur Unterkunft für uns. Ich brauch' doch einfach mal in den Berg rein. Wollen wir nicht richtig um den Vulkan hingehen? Ja, können wir auch. Aber ich würd' gerade noch den Gummibaum und alles mitnehmen, aber dafür will ich erst eine Steinachse haben. Ja. Ist die Workbench noch da? Ne, hab' ich mitgenommen, hab' ich hier in der Hosentasche. Ja, hau' mal raus. Dankeschön. So. Mach' jetzt erstmal ein Steinschwertchen, dann kann das mal weichen. Alle, wie ich das reinziehen will, ne? Das geht nicht. Ja, das ist voll ungewohnt. Wo ist halt, ja? Bin hier hinter der Werkbank. Also hier unten in der Kuhle drin. Kuhle? In der Kuhle, Kuhle, höh. Ich brauch' ein paar Steine ab. An dem Zeug erstmal mein Schwertchen und die Spitzage. Ich brauch' ich nicht mehr. So. So. Da brauchen wir Fleisch, ne? Da ist die Werkbank. Gut, die brauchen wir auch noch kurz. Wir brauchen Fleisch. Ich hab' da hinten Kühe gesehen, aber das ist wieder Richtung da der Enderman da vorne. Da vorne ist ne Kuh. Die sleck' ich mir jetzt. Alter, da oben sind Kühe bis zum Abwinken. Woll' dir die mal. Ja. Spawn' ja eh wieder ein paar neue. Für ne Kuhfarben oder so. So, ich hab'n neuen Fleisch. Wie gehst du da hinten lang? Ich komm' jetzt zurück. Ja. Noch nicht. Da vorne ist ein Villager-Dorf. Alter, was hin da? Wo? Da vorne in der Wüste. Direkt neben dem Vulkan. Ja. Lol, da unten sind aber vier Skelette. Alter, was da alles rumrennt. Wo ist der Mond? Das Mond geht bald unter, das heißt, Sonne geht bald auf. Das heißt, nicht mehr lange Nacht. Ich hab' noch drei Herzen! Ich hab' nur eins! Ich bin, glaub' ich, tot. Ich bin, glaub' ich, tot. Ja, noch ein Hit von dem Monster. Ich kann nicht mehr rennen! Ist mir klar, das kann ich schon lange nicht mehr. Deshalb würde ich jetzt erst mal ein bisschen warten. Ist einer hinter mir? Komm mir mal! Penger, komm mal zurück! Geh mal! Gleitschutz! Wo bist du denn? Hier, 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 hier! Mehr links, mehr links, mehr links! Ich hab' nur ein Herzen! Du lässt deine Sachen fallen und kannst dich doch abholen. Hinter dir ist keiner, du Affe! Da war gerade noch einer! Da ist kein Schwein! Ja, mega! Doch, ne Kuh ist da. Ja, die ist gefährlich, pass auf! Deine Mutter ist gefährlich! Hier ab ins Haus! In Haus? Wo seid ihr, Alter? Das Villager-Dorf. Oh! Ha! Oh! Oh! Können wir die noch gebrauchen, die Villager? Oder gleich weg? Weiß ich nicht, also ich hab' gerade eine Schmiede gefunden. Helme! Helme! Was heißt hier Helme? Mach mal ab! Helme! Entschuldigung, in deinen Garten wollte ich nicht. Du willst einen Helm haben? Was hast du denn du für einen Helm? Bronze Helm. Boah, geil, Alter. Check-Shap-Pack seh' ich jetzt aus, als wäre ich in einem Fernseher drin. Creeper geht weg von mir! Da vorne ist ein Wüstentempel! Ja, ich weiß, den hab' ich gerade schon gesehen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Den können wir eigentlich auch mal erkunden gehen. Oh, ich hab' gerade einen Creeper getötet. Ich bin in ein Loch gefallen. Jetzt kann ich auch nicht mehr rennen. Mhm, du rennst zu viel. Hätte vielleicht... Es wird jetzt gleich wieder Tag. Sonne geht, ist ja mal aufgehen. Ja, können wir gleich mal... Wollen wir uns denn hier im Dorf mal erstmal niederlassen und alles ringsrum... ähm... ...entdecken? Können wir, ja. Hätte ich behauptet, ja. Da hat's sicher auch schon einen Ofen, oder? Nein. Achso, in der Schmiede hat's immer einen Ofen. Alter. Ja, wo ist denn hier die Schmiede? Da war ich schon drinne. Perka sagt, er hat die schon entdeckt, also. Ah ja, hier. Ah, hier ist es keine Kohle drin. Lol, ich hab' eine Minionsscherbe. Ja, aber du kannst ja auch Holz oder was rein tun, du musst ja nicht Kohle nehmen. Und Holz hat's ja sicher irgendwo in der Nähe. Ja, klar. Boah. Also, der Tempel hat sich schon mal gelohnt. Bist du schon im Tempel gewesen? Schon grad drinne. Ich dachte, wir gehen da zusammen rein. Haha, ihr seid so langsam. Du bist ein Arschloch. Ich komme! Ja, waren ein paar Dias drinne und... Ja, ja! Ja, echt? Es sind schon viele, nur ein paar Dias und noch ein paar Dias. Ja, genau. Eigentlich sind es ganz viele Dias, wenn ich mir das sehe. Nein, also, ich hab' drei Dias, drei Emeralds, drei Gold, drei Scheinchengeber. Drei Tilly. Du weißt schon. Wenn du hier die Wolle aufgräbst, dann kommst du noch nach unten. Hä? Da bin ich doch du... Zwei schlaue Leute, ja. Ich bin noch unten drinne in dem Ding. Ich weiß gar nicht, was du hast. Dann hast du ein anderer. Dann hast du noch eine gefunden? Ja, du bist hier unten nicht drinne. In der Mitte, wo diese blaue Wolle ist. Ja, die habe ich jetzt gerade. Zwei Diamanten, vier Eisen, Page. Ja, dann haben wir eine zweite noch. Läuft doch. Oh, Bronze Schwert. Ich habe eine Bronze Pickaxe. Bronze Pickaxe habe ich zwei, eine Rüstung, schon wieder eine Pickaxe, schon wieder ein Schwert. Voll sinnlos, da müssen wir ja gar nicht spielen, wenn wir schon alles von der anderen Seite haben. TNT, was ist das, wenn ich das abhaue, explodiert das? Nein, habe ich auch schon gemacht. Ich habe es auch mitgenommen. Sicher ist sicher. Ja, cool, da haben wir eine Zweige gefunden. Wo bist du denn jetzt hingelaufen? Also ich habe in die andere Richtung, da wo die Schmiede ist, einfach noch weiter weg vom Vulkan aus. Okay. Überläuft doch bei uns. Ja, logisch. Aber jetzt brauche ich mal irgendwas zu fottern, ey. Ja, ich komme gleich weg. Ich muss mich jetzt erst mal wieder hocharbeiten. Haben wir zwei verschiedene... Ich dachte... Ich dachte gerade schon, ey. Hä, was ist da unten drin? Du musst da die Wolle abhauen. Was laberst du für ein Scheiß, der Mann? Wo konnte man denn die Map groß machen, eigentlich? Ah, die Map? Nein, M ist es nicht. Nee, das habe ich schon ausgedrückt. Das sind nur die Einstellungen für die Map. Also ich habe jetzt schon meine... ...mein Inventar zugeschissen. Echt schlimm. Ich habe noch vier Eisenerz gefunden. Ich habe noch ganz viele Kühe und Schweine gefunden. Wunderbar. Alter. Döten. Premium, oder was? Wo seid denn ihr eigentlich? In dem Dorf. Ich habe noch nicht mal die Wüste gefunden. Ich bin jetzt beim Vulkan. Ja, du musst da wieder zurück und dann in die andere Richtung. Was? Ich muss immer ein Brot essen hier. Ich gehe zurück zum Dorf. Ich habe sogar drei Stück, ey. Geh mal zurück zum Dorf und bau da mal ein Lager in der Hütte, wo wir alles mal reinschmeißen können. Damit wir die Items erst mal auf sicher haben. Ja, ich habe schon Kisten. Ich habe die Kisten auch gleich mitgenommen. Ja, ich auch. Wir wissen, wie man spielt, liebe Zuschauer. Aber auf Fails sind wir natürlich nicht vorbereitet. Da schneide ich im Best-Off dann. Das ist richtig eine lange... So, Pekka, pass mal auf. Das ist richtig eine lange, was? Guck mal, Pekka. Ja. 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 So. Dann mal deine Kisten hier neben, mit den Abstand dazwischen. Was? Dann sammeln wir sie nicht zusammen. Ja, aber du sollst... Ach so, ja, ich soll die Kisten... Ja, 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 ja. Loll, ich habe nur eine mitgenommen, kann das sein? Ich habe nur eine mitgenommen. Guck mal, ich habe einen Platz zu machen in der Botze. Für was ist denn eine Page? Darf ich die öffnen, oder...? Die, damit kannst du dir so Zugänge machen für andere Welten. Okay. Das steht für verschiedene Dinge, zum Beispiel. Ich habe jetzt Page mit Large Biomes. Zugang zu anderen Welten. Ja, da kannst du Portale mit machen und kannst dann in andere Welten gehen. Ist das vonnöten? Momentan noch nicht. Das gibt zum Beispiel so eine Dance-Ohr-Welten. Da kriegst du dann halt einen Haufen Erze dir an. Was für eine Dance... Dance-Ohr. Boah, tanzen da die Erze rum, oder was? Ja, mehr oder weniger, ja. Alter, lass uns mal... Ach, da hinten. Da hinten sehe ich hier gerade die Pyramide, ja. Ja, 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 genau, da war ich drinnen. Nice, und ich bin in die Richtung gelaufen. Hier, wenn du hier rausguckst. Wo ist da auch nochmal eine? Ja, ja, aber das ist eben aus der Sichtweite raus. Die habe ich vorhin schon gesehen und, äh... Ja, die, die, die habe ich ja auch gemeint, die, die, die ich abgeklappert habe. Ja. Ich habe gedacht, du bist da schon hingerannt. Da komme ich rein, sehe, die wollen ja noch ganz. So, willst du mich verarschen, Päcker? Äh, äh... So, ich mach mal... So, ähm... Was machen wir nun hier? Vulkan, nicht Vulkan? Fangen wir an mit irgendwas, äh... Ja, wir bleiben jetzt aber im Dorf, nicht? Ja. Ja, dann bleiben wir beim Dorf hier. Das ist eine gute Location. Können ja das umstrukturieren nach unseren Bedürfnissen. Ja. Geilere Häuser bauen, am besten auch eine Steinmauer ringsrum damit. Wenn alles gut ausgeleuchtet ist und wir bauen da eine Steinmauer ringsrum... Äh, außenrum, ne? Da kommen die Monster von außen nicht rein, also... Und wir haben hier genügend Einwohner, um eine automatische Kartoffelfarm zu machen, die endlich mal funktioniert, Päcker. Da kannst du knicken, äh, geht, glaube ich, mit diesem Update noch nicht. Ach so, mit, take it, ja. Aber hier gibt's Öl. Das ist perfekt. Wir haben Öl direkt vor der Haustüre. Direkt vor der Haustüre. Sofällig haben wir vielleicht auch noch eine Benzinquelle. Fuel? Nö. Aber wir haben einen Vulkan, wir haben eine Pyramide, wir haben ein Dorf, wir haben genügend Essen. Alter, was sind wir für lacke? Und wir haben... Nein, wir haben die Koordinaten nicht eingegeben. Wir haben einfach eine Welt erstellt. Richtig. Und das ist das Geige daran. Das ist lustig. Soll ich gar nicht. Diamanten lassen wir mal noch, oder? Oder hast du dir da schon was gecraftet, Päcker? Nö. Ja, ich... Wir behalten mal die Diamanten, die können wir sicherlich... Also... Ne? So, was ich jetzt hier erst mal mache, ist Point of Interest. Äh... Waypoints... Add... Waypoint-Name... Home... Dorf... Ne? Wahrscheinlich werden wir mehrere Homes haben irgendwann mal. Kolla... Kollabieren... Was ist denn das Zuhause? Das Zuhause, was hat denn das für eine Farbe... Oh, Pinkish One? Nein, blau. Koordinaten... Okay... Meint ihr die, genau neben dem Dorf? So. Ja. Die könnt ihr vergessen. Aber hier ist noch ein hier drüben. So. In die Richtung. In welche Richtung? Au! Hier. Scheiß Gaktus. Er sucht das Loch. Ja, wenn es kein Loch ist, kannst du es vergessen, weil dann ist kein Tank darunter. Ja, ist auch nicht. Ich habe gerade getaucht da drin. Dann hast du Jungs. Die sind denn nur minimal. Ich habe hier... Ihr seht meine Homepoints nicht, ne? Nein. Ich habe hier im Haus drin, habe ich jetzt einen Homepoint gesetzt. Ups. Ja. Einfach mal so als... Mit dem M. Aber das brauche ich euch nicht zu erklären. Ich bin der, der hier noch am wenigsten weiß. Nee, nee. Haben wir denn schon Kohle? Ich habe vier, ähm... Rohes Rindfleisch. Das haue ich mal in den Ofen. Wer Kohle hat, einfach mal reinschmeißen. Haben wir noch nicht. Wir müssen mal brutzeln. Nicht, ähm... Wo machen wir denn den Höhlenzugang? Entweder machen wir jetzt, äh... Äh... Holzkohle oder wir gehen in eine Höhle. Ja, du brauchst ja gerade etwas. Ja. Voll geil. Ich komme mal mit. Auf jeden Fall brauchen wir ja noch Fackeln. Dazu brauchen wir Holz, Stickies. Ich hole mal Stickies. Ja, habe ich. Hast du? Ja, warte kurz. Nein, habe ich noch nicht, aber... Ähm... Du machst es gerade noch. Nein, da. Nimm. Dankeschön. Eins von den Dingen gibt es, da kannst du nur Stickies mitmachen. Doch, Kohle gefunden. Aber eins von den Dingen gibt es acht Stickies. Lol, ich habe das ganze Holz verbraucht zu Stickies. Ja, das ist perfekt. Das ist das spezielle Rubberwit. Das kannst du eigentlich nur für die Stickies brauchen. Achso. Ich habe jetzt einfach... Oder unter. Ich habe fünf Stacks, ne? Ja, das passt schon. Achso. Schaufel wäre auch ganz gut. Da unten ist Kohlepacker. Ja, ich weiß, ich habe schon einmal eingebaut. Ich hau dir mal zwei Stickies runter. Dann kannst du auch gleich Fackeln machen. Müssen wir einmal den ganzen Sand hier weg haben. Ja, ist echt nervig, ey. Ah, geht schon. Das wieder. Das Geräusch. Ich habe gerade beim Banger, der hat den Sand abgebaut. Ich habe Ofen aufgeschüttet. Du bist ein Affe, weißt du das? Aber leider nur einen Block. Leider nur einen Block. Hast du mir gerade so einen Haufen Sticks gegeben, ey? Ja. Alter, mein Inventar ist jetzt schon voll. Ja, deswegen habe ich eins geleert. Kannst du mir mal ein paar Fackeln geben, Pläger? Ähm. Nein. Halt her! Simon! Was denn? Ich sammle doch nur Bist auf. Bist auf dir gleich, Matthiel. Komm mal. Nö, kein Brusten. Nö. Ja, gib mir mal ein paar Fackeln, Alter. Nö. Komm mal. Das wird dann übrigens gleich. Oh, herrlich. Ich nehme mich nicht mit. Hä, du gehst ja nur dann in die Metalle und bist gleich mal wieder zurück. Ich habe die Kohle gar nicht. Du hast die Kohle eingesammelt. Ich habe die Kohle nicht eingesammelt. Ich habe keine Kohle im Inventar. Alter, du bist mir verarschen. Du hast die Kohle eingesammelt. Oh, Mann. Ich habe keine Kohle im Inventar. Kannst du dir gerne nach der Aufnahme in der Aufnahme. Meins ist voll, also musst du sie eingesammelt haben. Ja, oder ihr habt für die Fackeln, die ihr hergestellt habt, verbraucht. Ja, Pegger zum Beispiel. Okay, kann ruhig sein. Pegger hat Fackeln gemacht. Ah, Pegger, du bist so ein Lauch, ey. Zündleitest Dynamit hier und dann ist Ruhe. Kannst du hier unten zünden. Ich habe eine geile Spitzhacke. Die siehst du, die werde ich gleich mal mitnehmen hier. Wieso lässt du nur deine zu Hause, ey? Keine Ahnung, ich möchte erst mal da die Steine aufbrauchen. Oh, wie hängt das Scheiße fest. Die Scheiße windet es fest. Loll. Tatsache. Welches Haus ist denn unser Lager eigentlich? Das, äh, am Feld. Das mit den Truhen und dem Ofen? Ja. Ja. Und wer war so schlau und hat ihm im Ofen Fleisch reingetan? Aber ich habe vorher gesagt, ich habe noch keine Kohle. Wer hat's soll da rein, ich hau schon mal Fleisch da rein. Das habe ich vorhin aufgenommen und gesagt. Alles ist gut, ganz ruhig. Deine Mutter ist auch gut. Weißt du doch gar nicht. Ich war Junge. Mein lieber Schwan. Schwan. Welcher schlauer hat denn das Fleisch ohne Kohle reingesteckt, Mami? Ja, das war echt nicht so heller. Deine Mutter ist nicht so heller. Aber ich habe gerade Kohle gefunden. Hier oben ist auch Kohle, Päcker. Ja, ich weiß. Ich bin mal schnell durchgelaufen zum Ausleuchten. Ja, ich weiß. So, und ich muss jetzt noch einen neuen Spitzack ausholen. Ah, hier geht's weiter. Hier war der Ausgabe. Ne, übrigens, liebe Zuschauer, nicht wundern, dass bei mir das Texture Pack noch Default Minecraft ist und die Tech-Kids-Sachen von Fax, von diesem Pure BD... Wie nennt man das? Texture Pack? Ja, das. So geht's natürlich. Du bist, was ich meine. Ah ja, ich habe übrigens noch zwei Öfen hergestellt, weil mir gerade langweilig war. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020